Wir haben noch ein Cluster, falls sie gleich... Oh, was ist das? Boah. Gar nicht so schlecht. Mhm. Mhm. Auf halber Höhe dahin ist noch so ne Hütte. Da kannten wir hin. Mhm. In Richtung Orange höre ich aber schon jemanden schießen. Uh. Oh, ja. Uh. Ach, fick dich doch. Kann er sich mal ficken, bitte? Nein! No way. Der ist halt hier. Ah. Was ist das? No way. Ich habe gerade die Killcam gesehen, wer mich gekillt hat. Ja? Das war ich selbst. Oh. Die Granate ist einfach an dieser Wäsche leider hängen geblieben, die genau vor uns da gespannt war.